Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex im Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 17.07.2015. Es ist 19.34 Uhr. Ganz genau. Wir blicken auf ein gemischtes Bild in den Aktienindizes. Die europäischen Indizes bewegten sich relativ wenig, hatten kaum nennenswerte Tendenzen. Allen voran war der Nasdaq der stärkste. Der konnte hier deutlich von den guten Google-Quartalsergebnissen profitieren. Die Aktie des Unternehmens stieg hier um fast 15%. Alles in allem muss man sagen, der Markt blieb unter den Erwartungen. Extrem volatilitätsarm. Das sehen wir vor allem auch im Devisenbereich. Wenn wir uns mal hier die Forex-Stärke angucken, kaum ein Paar hat sich hier nennenswert bewegt und konnte hier nennenswerte Impulse setzen. Also ein sehr ruhiger Tag. Alles in allem muss man ganz klar sagen, hier ein Sommerloch-Tag. Was haben wir heute getradet? Wie war die Woche? Wie sieht es aus? Nun im Nasdaq, blicken wir mal auf den, hatten wir ja eine Long-Position oder mehrere Long-Positionen eröffnet, konnten die auch ganz gut schließen. Konsolidierte dann, ich bin von einer größeren Konsolidierung ausgegangen, wollte bei 4560 Punkten nochmal einsteigen. Da kam es gar nicht dazu. Er bildete hier die Range zwischen 4614 und 4624 Punkten aus. Ausbruch, Pullback Long und er zieht weiter. Der Nasdaq hier deutlich stark. Und wenn wir uns das hier nochmal angucken, auf dem, dann nehmen wir den Tageschart. Auf dem Tageschart, dann haben wir hier gerade auch auf dem Wochenschlusskurs ein neues Jahreshoch. Das ist Bullish. Aber mir ist er zu weit in der Bewegung. Mir ist er definitiv zu weit in der Bewegung. Ich meine, er hatte schon weitere Serien und die 4800 rücken in greifbarer Nähe. Er sind ja jetzt auch nur noch 160 Pünktchen. Alles in allem ist mir das aber zu weit gelaufen und ich wäre frühestens bereit, wieder ab 4560 Punkten zu kaufen. Ich bin zufrieden mit der Woche. Die Woche lief hervorragend. Gerade was hier den Nasdaq anging, sehen Sie ja hier den Stop. Da kann man nicht meckern. Aber gerade der heutige DAX-Trade-Short, ich hatte ja eigentlich im Video gesagt, okay, heute Morgen ist wahrscheinlich, dass wir eine Korrektur sehen. Die kam auch so halb im Dow Jones, im S&P, im DAX. Aber so wirklich, wirklich tief ging es hier nicht. Man hatte so den Eindruck, dass der starke Nasdaq hier einfach die Aktienmärkte mit nach oben zieht. Darüber hinaus positive Nachrichten aus China. 7% stiegen hier die chinesischen Aktienindizes. Liegt natürlich an den staatlichen Interventionen hier. Der Regierung. Da konnten die Aktienindizes deutlich profitieren. Alles in allem habe ich Short-Positionen aufgebaut, als wir hier diese Unterstützung gebrochen haben. Ausbruch, Pullback und dann der Short. Habt ihr hier mitgenommen an diesem letzten Tief. So weit ist das zufriedenstellend. War jetzt nicht die Welt, aber 32 Punkte ist okay. Das Chancenrisiko-Verhältnis war grob 1 zu 1 oder genau 1 zu 1. Ja, 32, 32, das nimmt sich nichts. Aber so gesehen war der Markt abgehackt, ohne nennenswerte Bewegungen und sehr, sehr ruhig. Was gibt es noch zu berichten? Gold und Silberindex. Der Gold und Silberindex macht ein neues Tief, bricht hier durch. Barrick Gold unter Druck. Gold kurz vor einem 5-Jahres-Tief. 9, 5-Jahres-Tief. Das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Wir können uns hier mal vielleicht beides anschauen. Erstmal Gold. Hier auf dem Monatschart brach auch hier das 61,8er Retracement. Und tendiert hier sehr, sehr schwach. Ein mögliches Kursziel könnte hier die 961er Marke sein. Aber man sieht deutlich, Gold bricht ein, der Gold-Minen-Index bricht ein und Gold ist hier eigentlich einer der schwächsten Werte überhaupt. Also die Edelmetalle heute deutlich und nicht nur heute, sondern überhaupt in den letzten Monaten deutlich unter Druck. Das zum Thema Gold. Werden wir sowieso noch besprechen. Aber natürlich gab es oft Fragen, warum ist der Nasdaq eigentlich so stark und der Dow Jones so schwach. Nun, wenn wir uns die Nasdaq-Aktien anschauen, dann ist es so, dass viele dieser Aktien sich viel stärker zeigen als die Dow-Aktien. Und somit ist es natürlich nur folgerichtig, dass wenn die Aktien eines Indizes wesentlich bullischer sind, dass auch natürlich der Aktienindex dementsprechend bullischer ist. Und vor allem das Bild trübt ja auch. Ich habe ihn hier mal von Yahoo Finance als Quelle zu nennen, die Jahresperformance mitgebracht. Year-to-date Dow Jones, Nasdaq, DAX. Natürlich kann man sagen, der DAX ist hier wesentlich stärker auf Jahressicht. 20% aktuell. Der Nasdaq hier pendelt ein wenig rum bei knapp 7-8%. Und der Dow Jones hat sich eigentlich kaum auf Jahressicht bewegt. Also die Nasdaq-Stärke lässt sich darauf zurückführen, dass gerade die guten Quartalsergebnisse hier in einzelnen Unternehmen, vor allem voran natürlich Google 15% Kursgewinne, dass es hier den Nasdaq ein wenig unterstützt. Aber unabhängig davon sieht man, dass die Year-to-Date-Performance hier ein anderes Bild spricht. Lassen Sie uns zum Ausblick bzw. zum Rückblick kommen. Die Woche war zwar allgemein sehr profitabel für mich. Ich hoffe doch für Sie auch. Zumindest auch reich an Erfahrungen. Das ist wichtig, denn die nächste Woche wird ja auch wieder bestritten werden müssen. Und da müssen wir natürlich auch hier Fortschritte erzielen. Wichtig ist, dass man da auch aus den Verlusttrades einiges mitnimmt und das nicht als negativ betrachtet. Ich war sehr unzufrieden heute mit dem DAX-Trade in der Form, weil der DAX sich eigentlich gar nicht bewegt hat. Der Pullback war okay. Hier sehen Sie es auch, Shootingstar an der gebrochenen Widerstandsmarke in diesem Bereich. Und war nicht lange im Verlust, aber pendelte auch nicht wirklich deutlich im Gewinn. Also es waren keine krassen Bewegungen vorhanden. Und natürlich kann man sich fragen, ist das zu erwarten? Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, aber der Nasdaq zog, so habe ich das wahrgenommen, alles nach oben. Und das ist in dem Fall dann auch hier nicht verwunderlich gewesen. Aber nach, ich meine, wie viele Punkten jetzt nach 1150 Punkten, hätte er auch ein bisschen die Konsolidierung ausbreiten können. Dafür, dass ich die Konsolidierung gar nicht traden wollte, ist es zufriedenstellend gelaufen. Aber diesen, diesen, hier diesen Shootingstar am gebrochenen Tief, den wollte ich mir nicht entgehen lassen. Sie sehen, den Stop-Loss habe ich sehr großzügig gesetzt. Hier über das Retracement, über das 61.8 Retracement und am Ende auch über dieses kurze Zwischenhoch. Und dann war das so weit in Ordnung. Ja, und hier unten dann zugemacht. Ist zwar dann nochmal gefallen um 16 Punkte, aber letztendlich ist er dann hier nochmal gestiegen vom Tief aus. Rückblickend muss man ganz klar sagen, die Entscheidung heute im Deutschen Bundestag verlief so weit nach Plan. Es gab zwar mehr Nein-Stimmen als erwartet, aber 119 Abweichler, so betitelt man die, beim Spiegel. Da ist es so, dass trotzdem über 80 Prozent mit Ja gestimmt haben. Also die Bundesregierung soll durchaus in weitere Verhandlungen bezüglich eines dritten Hilfspaketes gehen. Aber das, das lieferte kaum Impulse. Es war zu erwarten, dass hier eine Mehrheit dafür vorhanden ist. Die Debatte wurde auch hier nicht wirklich emotional geführt. Das war relativ klar. Alles in allem drückt der KAK 40 aus meiner Sicht die Situation am besten aus. Wir sind long, allerdings überkauft und kurz vor einer Korrektur. Falls diese nicht kommt, ist natürlich schade. Aber er ist zu gut unterstützt, um ihn jetzt noch für mittelfristige Shortpositionen hier einzugehen. Aber ich bin auch jetzt nicht bereit, in so einem Zustand den KAK 40 oder einen DAX zu kaufen. Also bei aller Liebe und bei allen Handelssystemen, und das ist das Wichtige an dieser Stelle, nur so nebenbei, ist hier die 5030er Marke. Dabei bleibt es, Eurostox in dem Fall auch kurz, also Korrektur frühestens ab 3600 handelbar. Und der DAX in dem Fall könnte eine Korrektur einleiten. Das werden wir dann am Montagmorgen besprechen müssen und das ideale Korrekturniveau wäre hier die 11400er Marke. Da bleibt es alles beim Alten. Der Dow Jones zeigte sich schwächer, konnte auch diese abwärtsverlaufenden Trendlinien nicht halten. Die Vermutung mit dem fehlenden Momentum hat sich als richtig herausgestellt. Aber Shortpositionen konnte man da jetzt auch nicht großartig aufbauen. Und von daher bleibt ein unscharfes Bild zurück. Ich verzichte an dieser Stelle erstmal auf eine Analyse. Wir werden schauen, wie die Aktienmärkte am Sonntagabend eröffnen, oder die Aktienindizes, und werden die Prognose natürlich dann frisch am Montagmorgen durchgehen. Das nur als Vorab-Info. Gold, einer der Werte, die ich noch shorten wollte, denn wir sind hier, gehen wir mal auf den Monatschart, durchs 61.8er Retracement gegangen. Wenn der so schließt, wäre das äußerst bärisch. Es ist ein neues 5-Jahres-Tief und Platz wäre dann bis 970 US-Dollar. Der Short war wie folgt geplant, nämlich... Nehmen wir eben 5, spielt keine Rolle. Das war zu dem Zeitpunkt hier unter 1131 US-Dollar. Aber nun gut, wir werden schauen, wie es ins Wochenende geht. Gold ist massiv unter Druck, testet jetzt hier die Tiefs, ist noch nicht durchgebrochen, aber ein Durchbruch sollte hier das notwendige Momentum mit sich bringen. Was die Währungen anging, gähnende Leere. Also eine Flaute, die habe ich auch selten gesehen. US-Dollar, Schweizer Franken, gut, der ist long gegangen. Äh, 27 Pips. Ich meine, dafür, dass sich kaum was bewegt hat, sind 27 Pips einigermaßen akzeptabel. Natürlich nicht wünschenswert, aber okay. Ist jetzt eine 0,96er Marke. Euro-US-Dollar, weiterhin Short, unter 1,0818 erwarten wir hier die 1,0668. Der US-Dollar, Japanisch Yen, zeigte sich gut. Wir hatten ja gesagt, Stop-Loss hier, 123,50. Weiter Bullish, genauso wie der US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Auch hier hat sich die Long-Position jetzt rentiert, fast 40 Pips. Das war in Ordnung. Allerdings fehlte so ein bisschen die Volatilität im geplanten Neuseeländisch-Dollar, US-Dollar. Der Short bleibt hier weiterhin aktiv. Die Setups sind weiterhin gültig. Britisch und Kanadisch-Dollar, und jetzt kommen wir auch zu der anderen Geschichte, war zwar hier Long, wir hatten gesagt, okay, der sollte hier steigen, hat 53 Pips gemacht, brach dann aber ein und hat hier definitiv den Stop-Loss geholt, wenn man nicht auf 0 schon nachgezogen hätte. Das hat nicht funktioniert, beziehungsweise nicht ganz so wie erwartet. Britisch-Fund-Japanisch-Yen auch nicht. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Wir hatten gesagt, okay, Long. Der Long sollte bis 195 gehen. Ja, stieg am Ende nur 40 Pips. Was soll ich machen? Ging nicht auf, gehört dazu, wird auch so klar kommuniziert. So ist es. Das muss man akzeptieren, muss ich akzeptieren. Wir werden nächste Woche wieder von Neuem angreifen. Der Freitag, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der Freitag war mir heute sehr suspekt, sehr komisch. Kaum Volatilität. Nasdaq extrem stark, Dow Jones S&P eher schwächer. Im Forex-Bereich ging gar nichts oder wenig. Und Gold war eigentlich mehr oder weniger nur wie ein Stein im Wasser oder im Vakuum fallend. Also da war noch nicht mal der Luftwiderstand, der in irgendeiner Weise bremsen konnte. Und das war mehr oder weniger der Tag. Also wenig Bewegung, erstaunlich wenig Bewegung. Aber das gehört auch eben dazu, dass es solche Tage gibt. Nicht immer muss hier der Markt durchexplodieren. Mir ist nur wichtig, dass wir auch mal über den Britisch-Fund Japanisch Yen und Britisch-Fund Katz sprechen. Denn die haben nicht ganz so Funktionen. Waren im Plus. Man hätte auf Null nachziehen können. Aber alles in allem war es nicht so wie geplant. Ich hoffe, es war eine positive Woche für Sie. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Natürlich auch für die Teilnahme an den Webinaren. Bleiben Sie uns treu. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Also in zwei Tagen. Jetzt ist erstmal Feierabend. Und in diesem Sinne sage ich, ein angenehmes Wochenende. Keine guten Trades. Zumindest für die nächsten zwei Tage. Denn da sollten wir uns alle entspannen. Und die guten Trades, die wünsche ich Ihnen dann wieder ab Montag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.